Das Paradies kann hier auf Erden besichtigt werden. Wir sind nur die Gäste. Es gehört uns nicht. Die Feinde gieren nach seiner ewigen Jugend. Der einfache Mann, der wird zum Judas, verführt zur Jagd auf das Pulver und erschießt auf Gott. Er schießt auf Gott. Willst du das göttliche Tier sehen? Du musst lange suchen. Denn nur noch 200 Abgesandte des Ursprungs leben auf 25.000 Quadratkilometern. Der Teufel trachtet nach dem letzten Sagentier. Wir müssen das verhindern. Sonst verlässt Gott diesen Planeten namens Erde. Wir müssen das Kinder anschauen. König derהו technologies einzusetzen. Wir müssen mit Menschen entfernt. Und jetzt auch für viele schöne Aufmerksamkeit. Auch bei euch, lieber zuЕienst du neuen Schroed crops. Afrika ist die Wiege des Lebens. Afrika ist der Ursprung der Menschheit. Die Spuren im Sand, älter als wir glauben, verlier sie nicht aus den Augen. Die Schatten werden immer länger. Die Straßen sind lange Streifen aus Sand. Hinter dem Horizont erwartet uns der Horizont. Werden keine neuen Spuren mehr entdeckt, ist das das Ende? Die Elemente unterstehen seiner Gesetzmäßigkeit. Der Nebel versorgt die stummen Zeugen. Werden keine neuen Spuren entdeckt, hat auch das Nashorn die Erde bereits verlassen, wie viele seiner Stellvertreter. Werden keinen Nebel? Werden keine ANY Wiod operiert, er ähnlich DOE. kann America spannende sie. Werden keine neuen Spuren trinkke. Untertitelung des ZDF, 2020 Afrika ist die Wiege des Lebens, ist der Ursprung der Menschheit. Die Spuren im Sand, älter als wir glauben, verliere sie nicht aus den Augen. Die Schatten werden immer länger, die Straßen langer Streifen aus Sand. Die Schatten werden immer wieder in Sand. Don't shoot at God. God is in Rhino. God is in Rhino. Untertitelung des ZDF, 2020